Musik Das revidierte Epidemiegesetz, Grund zur höchsten Alarmstufe bei den Bürgern. Das Bundesamt für Gesundheit, kurz BAG, soll immer mächtiger werden. Zuerst einmal ganz grundsätzlich, für was braucht es überhaupt ein Epidemiegesetz? Es soll den Ausbruch und die Verbreitung von übertragbaren Krankheiten verhüten und verhindern. Das EPG, das bis heute in der Schweiz gültig ist, baut auf dem demokratischen Grundgedanken der Eigenverantwortung auf. Diese fängt beim Bürger an, geht dann weiter zur Eigenverantwortung der Gemeinden, der Kantone und erst in letzter Instanz vom Bund. Die Kantone sind im Gesundheitswesen für die Bedürfnisse der Bevölkerung zuständig und treffen im Notfall gezielte regionale Massnahmen. Die Zuständigkeit ist bei uns in der Schweiz also nach einem Subsidiaritätsprinzip geregelt. Das heisst, die Verantwortung bleibt immer auf der unterstmöglichen Stufe. Das garantiert ein Maximum an persönlicher Freiheit und Entscheidungskompetenz vom einzelnen Bürger. Das ist unsere demokratische Lösung im bis jetzt gültigen Epidemiegesetz. Kurz schematisch dargestellt bedeutet das Folgendes. Das jetzt gültige Epidemiegesetz gibt den Kantonen den grössten Handlungsspielraum. Die Kantone treffen die Entscheidungen für die Gesundheitsvorsorge nahe am Volk. Sie sind den demokratischen Regeln unterstellt und so auch vom Volk überprüfbar und korrigierbar. Die Kantone können das Bundesamt für Gesundheit, BAG, beiziehen für die Beratung, aber die Entscheidungen treffen sie immer selber. Das revidierte Epidemiegesetz, das jetzt zur Abstimmung vorliegt, stellt das bewährte demokratische System auf den Kopf. Die grösste Kompetenz und damit auch die Macht über das Gesundheitswesen der Schweiz wäre mit dem revidierten Epidemiegesetz neu beim Bundesamt für Gesundheit, also bei einer rein bürokratischen Instanz, die jetzt nicht mehr primär auf die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung eingehen müsste, sondern in erster Linie die Vorgaben und Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO umsetzen würde. Die Kantone würden degradiert zu Befehlsempfängern und Umsetzern von WHO-Strategien. Das Bundesamt für Gesundheit würde diese Strategie ohne demokratische Mitbestimmung von uns Bürgern übernehmen. Die Bevölkerung hat kaum mehr Einfluss auf diese Entscheidungen und wird zu gehorsam verpflichtet. Beispiel für die grosse Fragwürdigkeit der Änderungen. Die WHO würde bestimmen, wenn eine ausserordentliche Lage gegeben ist. Ihre Begründung würde heissen, weltweite Verbreitung von Krankheitserreger. Ob das aber tatsächlich stimmt und auch für uns in der Schweiz angemessen ist, wäre nicht mehr gefragt. Es ist bekannt, wie gross der Einfluss von rein wirtschaftlichen Interessen auf die Entscheidungen der WHO ist. Oder das Beispiel Impfobligatorium. Das revidierte Gesetz würde ermöglichen, dass bestimmte Personengruppen zum Impfen verpflichtet werden könnten. Das aufgrund von WHO-Empfehlungen. Dann Fischierung. Von allen Bürgern würden die Gesundheitsdaten gesammelt, über jede Person eine Aktennummer, eine Fische erstellt. Das bedeutet aber einen grossen Konflikt mit dem Datenschutz. Persönlichste Daten könnten international ausgetauscht werden, ohne zuverlässigen Schutz der Intimsphäre und ohne sichere Kontrolle über die Verwendung. Sogar Angaben über Reisegewohnheiten, Kontakte mit anderen Personen und Gruppierungen usw. würden weitergeben. Auch ausserhalb des Landes. Sogar ein rigoroses Versammlungsverbot ist als eine der Massnahmen vorgesehen. Dann die obligatorische Sexualerziehung im Kindergarten. Die WHO verlangt in einem Strategiepapier für Europa obligatorische Sexualerziehung ab Kindergarten. Mit der Revision des Epidemiegesetzes würde das BAG zum Vollstrecker von solchen Massnahmen empfälligen. Nein, danke. Wir sehen also, dass das revidierte Epidemiegesetz bedeutet, dass es in Zukunft völlig neue Entscheidungsabläufe in der Praxis gäbe. Und eine Machtverschiebung von unten nach oben. Demokratie und die persönliche Entscheidungsfreiheit über unsere Gesundheit würden ausgehebelt. Der Bundesrat Alain Berzé hat bisher das Referendum gegen das revidierte Epidemiegesetz völlig ignoriert. Es kam mit fast 80'000 Unterschriften zustande. An der WHO-Versammlung vom 20. Mai 2013 hat er trotzdem schon eine sogenannte länderspezifische Kooperationsstrategie unterzeichnet. Damit sagt er klar Ja zur Stärkung der WHO und ihrer Einflussnahme auf die Schweiz. Und das, obwohl viele Massnahmen der WHO total verfehlt waren. Denken wir nur an die übertriebene Panikmache bei der Schweine- und Vogelgrippe und was für riesige Gewinne für die Pharmaindustrie ermöglicht wurden, durch die engen Verknüpfungen mit der WHO. Hat der Bundesrat Berzé hier in vorauseilendem Gehorsam bereits das revidierte Epidemiegesetz als gültig vorweggenommen, obwohl das Volk dazu am 22. September auch Nein sagen kann? Die Schweizer Bevölkerung kann am 22. September über das Epidemiegesetz abstimmen. Jede Stimme zählt. Ihre Stimme zählt. Und die von Ihren Verwandten und Bekannten ebenso. Legen Sie bitte am 22. September ein deutliches Nein zu dem demokratiefindlichen und höchst fragwürdigen Gesetz in Turnen. Und sagen Sie es weiter. Eine grosse Stimmbeteiligung ist wichtig. Vielen Dank für Ihre Mithilfe, dass unsere bisherige Freiheit und Selbstbestimmung erhalten bleiben können. Mithilfe 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 Mithilfe